Und willkommen zurück, Freunde, bei Let's Play Risen. Ähm, ja. Wir haben uns letztes Mal jetzt hier durch diese Höhlen gekämpft. Wir sollten ja eigentlich noch mal nach Süden gehen. Öffnen wir das große Tor. Das Tor war da aber schon offen. So ungewöhnlich. Was ist denn, dass wir wieder die parieren können? Was ist das Scheiß? Hm. Vielleicht doch noch mal da hinten hin. Oh Mann, riesig. Ach ja, wenn du was. Lass. Ah. Geh mal her damit, Typ. Können wir alles gebrauchen. 2000. Äh, Kämpferkleidung. Weg damit. Wir haben ja wieder hier einige Ächsen-Schwerter. Die müssten dem ja extrem viel wert sein eigentlich. Aber naja. Na ja gut, also jetzt die ganzen Fälle und so werden wir, denke ich mal, nicht mehr brauchen, oder? So, Ende. Damit sind wir auch wieder ein bisschen leichter. Und jetzt Crunch. Oder doch nicht. Können wir den Hebel eigentlich noch mal betätigen? Ja. Aber wir müssten ja eigentlich noch nach Süden, oder? Warum steht der denn noch hier? Verfluchte! Okay. Komme ich da irgendwie hoch? Irgendwo muss man ja hier durchkommen. Weil selbst in dieser Ruf... Der hat der Rufus schon nach Süden geschickt, aber ich sehe hier nichts. Und wieso war das große Tor schon offen? Ey, das ist ganz komisch jetzt hier. So, warum kann ich hier hochklettern, wenn da nichts ist? Oder ist hier doch irgendwas? Kann ich hier unten durch? Der Nautilus... Nee, kann ich nicht. Aber wofür ist das hier dann? Wenn man hier so rüber geht. Oder was? Nein. Das nicht, aber... Es scheint zu funktionieren. Ähm. Ach, da kann ich nicht weiter. Das hat nur noch das Levitieren. Aber nun haben wir jetzt gerade wieder genug. Neun Stück. Gehen wir einmal rüber. So, da haben wir einen Rufus. Und da haben wir eine Echse hinter uns. So, jetzt ist hier die Tür offen. Das ist doch schon mal gut. Rufus. Mittlere Hellung, Amulett und ein Messer. Nehmen wir alles mit. Jetzt können wir auch hier durch. Was ja vorher eigentlich nicht gehen sollte, ne? So, jetzt dürfte sich das nicht aktivieren. Oh, jetzt können wir sogar Steil... Äh, Wände einhauen. Das haben wir mit Bergbau gelernt. Das ist aber dann, denke ich mal, optional, oder? So, Hebel. Was hat das jetzt gemacht? Wahrscheinlich das aus. Oder so. Oh, ja! Den letzten Schlag kann man natürlich wieder parieren, ne? Ist ja typisch. Ähm... Jetzt müssen wir wieder Büsten da reinlegen, ne? Alte Büste. Und... Noch eine alte Büste. Jetzt haben wir das offen. Und let it rip. So, hier haben wir die zweite Winde. Hm. Ja, da wir das jetzt auch haben. Hier haben wir noch die Säule. Diese Festung wurde von vielen erbaut. Doch sie folgte nur einem Befehl. Meinem Befehl. Denn ich bin Ursigor. Herr der Titanen, Befehler der Echsen. Sei gewarnt, Fremder. Was auch immer du hier suchst, finden wirst du nur den Tod. Herr der Titanen. So sah. Hm. Hm. So, so. Ähm. Haben wir jetzt damit die Zugbrücke... runtergelassen? Au. Und die Säule hatten wir auch schon gelesen, ne? Ja. Sind jetzt drei Säulen. Hm. Was ist denn mit der Zugbrücke da? Bis dann. Hm. Da ist ein Windgewindel. Können wir jetzt nicht einfach so darüber levitieren? Oder sterben wir bei dem Versuch? Probieren wir es aus. Wollen wir es. Jetzt doof da. Pfff. Na. So, jetzt haben wir einfach nur das runtergelassen. Oh, Obsidianablagerung. Und chap. Und chap. Und chap. Das hat sich gelohnt. Ich glaube, wir gehen den Weg gerade falsch rum. Das gibt's doch gar nicht. Wo kommst du denn her? Wir haben ein Tor geöffnet. Und du? Ich bin schon ewig hier. Damals haben die Echsen mich gefangen, weißt du? Dann gibt es noch mehr Wege nach draußen? Oh ja. Hier gibt's eine Menge Höhlen. Einige führen nach draußen. Aber niemand kennt alle Wege. Nicht mal Jorgensen. Obwohl er es immer behauptet. Wie komme ich tiefer in den Tempel hinein? Du meinst die große Zugbrücke? Der Durchgang in die Tiefen des Tempels? Genau. Keine Ahnung. Die war noch nie offen. Selbst die Echsen gehen dort nicht hin, weißt du? Komm schon. Es muss doch einen Weg geben. Naja. An deiner Stelle würde ich mir eine Karte besorgen. Woher bekomme ich eine Karte? Hier ist ein Trupp Echsen vorbeigekommen. Vermutlich ein Jagdtrupp. Die müssten eine dabei haben. Wo sind sie lang? Hm. Wahrscheinlich noch draußen. Geh runter zum Sumpf und frag Jorgensen. Der hat sie bestimmt gesehen. Aber glaub ihm bloß nicht. Er ist verrückt. Wer ist Jorgensen? Hör nicht auf ihn. Er redet viel Unsinn. Das kommt von den Pilzen, weißt du? Ich esse die Pilze nicht. Ich halte mich an das Fleisch. Das hält mich davon ab, verrückt zu werden. So wie Jorgensen. Ich sage dir, der macht's nicht mehr lange. Hat zu viel von den Pilzen gefuttert, weißt du? Wo finde ich Jorgensen? Du musst runter zum Sumpf gehen. Aber nimm den richtigen Weg. Den Weg mit den großen Pilzen. Aber iss bloß nicht davon. Nicht mal naschen, sonst wirst du verrückt. Genau wie Jorgensen, weißt du? Mhm. Ich glaube echt, wir sind falsch rumgegangen. Ja! Können wir nebenher sogar noch ein bisschen aufbauen. Cool. Schön XP machen. Hm. Nichts. Okay. Okay. Hier wartet einem eben Ende nur ein Monster, oder was? Ich glaube, ich habe ein bisschen was übersprungen hier. Meine Reihenfolge ist ein bisschen schlecht. So. Hier kamen wir her, ne? Hier ist die... Nichts zu holen. ...Sidiane-Ablagerung. Da ist der eine Gang. Dann gehen wir jetzt mal hier drunter. Das ist der Weg mit den großen Pilzen. Wir gehen sehen aber überall. Oh shit. Das ist der Weg, dass ich so schlä... ...So lasch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. So, ähm... ...fast stumm bin. Aber ich muss mich gerade echt darauf konzentrieren hier. Also, ist schon heavy. So, jetzt. ...Echsen-Territorium. Was muss schaffen? Ja, nicht so. Nee. Gut, das ist erstmal nicht so das wahre für uns gerade. Hm. Na ja, gehen wir einfach hier lang. Äh. Jo. Hier drinnen gibt es echt einen Sumpf. Okay, ich weiß wieder nicht, was ich da aufgehoben habe. Und die Musik ist auch nicht gerade verheißungsvoll. Na, da haben wir den. So was. Ein Mensch. Die Echsen haben dich wohl auch gefangen, was? Willst du ein Stück Pilz? Lieber nicht. Was? Du willst meinen Pilz nicht? Dann wirst es dir schon noch anders überlegen. Na ja, ein paar Tage hier unten und du wirst um ein Stück Pilz betteln. Ich suche einen Trupp Echsen. Den Jagdtrupp. Ja, ja. Ich weiß, wo sie lang sind. Und? Sagst du es mir? Nein. Du magst meine Pilze nicht. Deshalb magst du mich auch nicht. Besser, ich sage dir gar nichts. Du bist völlig verrückt. Verrückt? Grant sagt das auch. Aber das macht mir nichts. Weißt du, früher wusste ich gar nicht, wie gut Pilze schmecken. Ich meine, vor meiner Verletzung. Verletzung? Die Echsen haben mir mächtig eins auf den Kopf gegeben, weil ich nicht mitgehen wollte. Nur die Pilze haben mich gerettet. Leben gerettet? Pilze? Du spinnst total. Nein. Die Echsen haben mich halbtot in eine Höhle geschmissen, zum Sterben. Das Einzige, was es da gab, waren Pilze. Schöne, große, saftige Pilze. Haben mir das Leben gerettet. Seitdem esse ich nur noch Pilze. Das bringt mir Glück. Verstehe. War wohl ein harter Schlag, den du da gekriegt hast. Oh ja, sehr hart sogar. Aber die Pilze haben mich gerettet. Jetzt reicht es mir. Wo sind die Echsen lang? Ja, ja, schon gut. Sonst gibst du nie mehr Ruhe. Einfach den steilen Felsweg rauf und dann durch die große Höhle. Da ist ein Tal. Da sind sie lang. Sie suchen neue Menschen. Menschen, die sie dann schuften lassen. Gut, danke. Suchst du was? Das heißt, hier geht es dann raus. Und... Was war das? So, Obsidianablagerung. Und ein kleiner Anti-Magie-Kristall. Ich glaube, ich werde langsam müde. Oh, Freunde, ihr seht schon, ich bin schon gar nichts mehr zu gebrauchen. Was geht da ab? So, jetzt... Tock. 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 Das hat sich gelohnt. Hey, vorher gab es noch was dazu. Das war jetzt weniger ein Problem. Ja, hier gibt es echt nur Pilze. Und eine Steinplatte. Wie viele haben wir denn jetzt wieder? Drei. Hier steht etwas über Magie. Ja. So. Hallo. Wie mein Zuhause. Na, haben wir wieder einen. Und hier ist gar nichts. Okay. Oh, Dauer-Clicking. Ein Wechter. Hier gibt es Tatsache raus. Wenn ich jetzt mal, der Wächter hat die... Oh, der hat nur einen Schlüssel. Äh, speichern. Ob sie die Antwort kommen. Das hat sich gelohnt. Jo, das hat ich's. Äh. Oh, der hat nur einen Ring. Stein an der Sitzplatte. Eine Steinplatte. Sonst nichts. Hier haben wir einen Ring. Was haben wir hier? Schon wieder? Ja. Dork hat Mensch. Mensch, Freund von Dork. Ja. Wir sind uns schon mal begegnet. Dork, gefangen von Schuppige. Mensch, befreit Dork. Besonders lange konntest du deine Freiheit ja nicht genießen. Dork, jetzt wieder gefangen. Warum bist du wieder gefangen? Dork nimmt Keule und tötet Schuppige. Aber Schuppiger zaubert bösen Zauber auf Dork. Dork eingesperrt. Dork wieder eingesperrt. Dork mächtig sauer. Du bist frei. Dork schuldet Mensch das Leben. Dork will Schuld tragen. Für Ehre von Dork. Dork wird helfen. An Seite stehen. An Seite kämpfen. Das Gesetz der Ehre. Ich verfolge ein paar Echsen. Echsen? Echsen? Dork sagt Schuppige. Verstanden. Dork wird Leben schützen und Feinde töten. Okay. Einen großen Kerl wie dich könnte ich schon gebrochen. Dork groß und stark. Dork und Mensch kämpfen für Ehre. Mensch spricht. Dork folgt. Okay. Bleib mal da. Nichts. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auch ohne Leben hinkriegen. Aber wo sind wir denn jetzt? Ach hier sind wir jetzt. Okay. Das ist aber auch neu. Echt nur ein paar Jäger? Hm. Okay. Ich glaube wir sind schon wieder zu lange dabei, Freunde. Deswegen mache ich jetzt hier einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir uns die Karte holen. Ciao.